Yo, yo, yo und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Real Talk von meiner Seite. Ja, heute ist der 16.7.16 und heute ist mal wieder Real Talk Time. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum und fangen auch direkt mit den Themen an. Es geht nämlich heute um JCKS, um BT1-Name direkt. Es geht um mein Equipment, es geht um aktuelle Projekte, es geht auch um eure Meinung und es geht auch um Vorproduktion. Ja, da fangen wir dann einfach mal an. Ich habe neue Designs von JCKS gekriegt, die werde ich euch hier nicht einblenden, einfach um den Vorschau-Effekt. Einfach, dass ihr das mal in Action seht, sondern sonst hier so kann man das immer sehen. Aber ich muss es ja auch gut einbinden und das versuche ich dadurch natürlich. Also neue Designs von JCKS gekriegt, richtig nice meiner Meinung nach. Also echt mehr als gehobene Klasse, würde ich sagen. Ähm, ja, auch ein Intro oder besser gesagt meiner Meinung nach eher Outro, aber das ist auch egal. Ähm, ja. Das eigentlich soweit dazu. Und, äh, jetzt noch, äh, eine Frage. Und zwar, ähm, soll ich mich in BT1 umbenennen? Tja, ähm, soll ich mich in BT1 umbenennen? Also einige meinen, ich soll mich in BT1 umbenennen, einige sagen nichts. Deswegen werde ich eine StrawPoll-Umfrage starten und ihr könnt im, äh, mit dem Link in der Beschreibung, könnt ihr dann in Richtung, äh, StrawPoll die Umfrage starten. Also ihr könnt dann bei, bei StrawPoll dann, äh, abstimmen. Multiple Choice nicht. Ich hab also nur eine Antwortmöglichkeit und, äh, dann seht ihr eben auch, und bitte verarscht mich nicht wieder wie beim letzten Mal. Das ist doch irgendwie langweilig. Ihr habt pro IP-Adresse ein Vote. Und dann, äh, habt auch mal ein Vote, so zu, so zu sagen. Ja. Ich habe auch neues YouTube-Equipment, äh, wie sag ich mal, erhalten. Oder besser gesagt, gekauft. Und ich versuche eben, jetzt mit dem YouTube-Equipment ist auf jeden Fall Neues möglich, unter anderem das Rode NT1A, wobei ich das ja schon ein bisschen länger hab. Ja, hauptsächlich PC ist jetzt neu. Und, äh, die Harley 60S ist jetzt auch wieder am Start. Ja, das eigentlich dazu. Und deswegen geht's jetzt auch wieder straight forward bei YouTube mit mir. Ich fahre jetzt aber in, äh, der nächsten Woche in den Urlaub. Und deswegen werde ich da Vorproduziertes bringen. Das werdet ihr hoffentlich nicht merken. Falls mal das ein oder andere Video weniger kommt, dann wisst ihr genau warum. Ähm, und ja. Welche aktuellen Videos würde ich dann bringen? Ich habe ja im Moment noch Lego Star Wars. Dann bringe ich noch den Rest FIFA 16 mit Challenges. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, äh, falls ihr das noch nicht, äh, gesehen habt, werdet ihr es heute sehen wahrscheinlich schon. Heute? Ne, nicht heute. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich, habe jetzt noch 80.000 Münzen, jetzt nicht mehr, aber, äh, ich hatte 80.000 Münzen. Und die werde ich eben in YouTube investieren und zwar in Fuddrafts und danach gibt's dann eben leider auch nichts mehr. Ähm, dann werde ich, wenn ihr dafür seid, dann, äh, bitte in die Kommentare schreiben bzw. in dem Video einen Like geben. Dann weiß ich das, ähm, ob ihr Pokémon Go sehen wollt. Also ich werde ab, äh, naja, das ist, weil ich das Spiel jetzt nicht so gerne mag, ab 13, 13 Likes. Sagen wir 13 Likes würde ich das bringen. Das ist auf jeden Fall eine Zahl und ich meine, ganz ehrlich, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das hatten wir noch nie geschafft. Von daher, sagen wir 10 Likes, dann, äh, ist das Ganze realistischer. Äh, ich bringe ja aktuell auch noch Tipps und Tutorials, wie zum Beispiel das günstigste und beste YouTube Equipment an meiner Seite. Auch für Leute, die das nicht vielleicht interessiert, auf jeden Fall ansehen, denn, äh, da kann man immer mal was reinsehen, kann man immer mal sehen, kann man immer mal YouTube so ein bisschen sehen, was YouTube dann auch eigentlich ist. Äh, von den Kostengründen auch. Und, ja, Reviews bringe ich, werde ich auch noch bringen auf BT1 Tech. Da habe ich ja auch neue Designs gekriegt, bzw. eins, die zusammen von JCKS, das ist auf jeden Fall richtig nice. Und, ja, eure Vorschläge zu irgendwas, eure Meinung zu meinem Kanal, ob es jetzt scheiße ist oder gut, bitte in die Kommentare, ganz wichtig. Und, äh, ich sage dann, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Ciao.